Mein Name ist Silvia Zenner-Gellrich. Ich bin im Hause Carl Zeiss die verantwortliche Produktmanagerin für Primusta Islet. Primusta Islet ist ein Fluoreszenzmikroskop, das wir speziell für die schnelle Erkennung von Tuberkulose entwickelt haben. Bereits 1882 entdeckte Robert Koch den Tuberkulose-Erreger. Robert Koch arbeitete mit Geräten von Carl Zeiss. Nach wie vor ist Tuberkulose eine bedeutende Erkrankung. Jährlich sterben weltweit etwa zwei Millionen Menschen an Tuberkulose. Jährlich gibt es etwa neun Millionen Neuinfizierte. Aber Tuberkulose kann geheilt werden, wenn die Krankheit frühzeitig erkannt und konsequent behandelt wird. Unsere moderne Lösung zur schnellen Erkennung von Tuberkulose vor Ort heißt Primusta Islet. Durch den Einsatz von LEDs ist der Energieverbrauch des Gerätes so gering, dass es auch in abgelegenen Regionen mit dem Akku-Pack betrieben werden kann. Das Gerät ist leicht zu bedienen. Mit einer einzigen Handbewegung kann zwischen Fluoreszenz und Hellfeld gewechselt werden. Primusta Islet ist gemeinsam mit Feind entwickelt worden. Das Besondere an dieser Kooperation ist, dass es den am stärksten betroffenen Ländern zum Vorzugspreis angeboten wird. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.